Nummer 3 ist der gute Multi-LP und ich habe gerade noch ein Buffet gecheckt, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du hast zuerst Elite-Barbaren... Was ist das? Das ist also so ein typisches Cash-Rile-Game, so beginnt das, ne? Das ist normal. Perfekt. Naja, das passiert öfters, also Hawkrider ist ja immer noch ziemlich meta. Das passiert öfter, okay, okay. Du willst jetzt aber auf den Hawkrider schieben. Ja. Ja, also wir gehen aber Elite-Barbaren an der Brücke und es ist der Hawkrider schuld. Naja, natürlich beide Karten irgendwo, aber der Hawkrider kommt halt sehr, sehr oft. Deswegen f*** ich halt besonders ab. Okay, verstehe. Du kommst ja aus dem Östen, ne? So ein bisschen. Ja, ja, deswegen auch mein Profilbild. Das ist Sachsen-Anhalt, ja? Äh, Sachsen ist das. Ah, Sachsen, okay, 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 gut. Dann reden wir besser nicht über Politik.